Na gut, dann müssen wir das halt machen. Wir haben ein Deckhör und Chor heute. Es ist vorbei, es ist vorbei, wir haben gefrucht, jetzt haben wir frei. Und wenn du denkst, dann war das schön, ja dann könnte ich mich gewöhnen. Ja, wenn du uns gar schon vermisst, bedenkt, dass jeder von uns sechs, wie häufig es häufig ist. So, wenn man's nennt zu dir nach Haus, wagt, dort gilt es nicht aus. So, wenn wir uns heern, auf unserem Ton drinnen. Danke schön. Das war die allerbesten, danke. Das war für heute, für euch hier in Hamburg. Feuer, Feuer, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer!